naja die brauche ich eh für sticks ich brauche sticks so was ist hier hier ist eine wand hier könnte ein höhleneingang aus hier könnte ein höhleneingang sein ja so ein spalt jetzt keiner nix am ende der wand echt nicht was ist los mittlerweile dass ich nie sind wir da gestartet ist die flugzeugteil ja das ist unser start back to the roots egal gehen wir halt daran vorbei ich geh kurz rein und ist was ist da wieder essen ja hier ist wieder alles singen grund wieder metz und soda und snack reingekommen alkohol ich bin von oben rein gesprungen das ist ja mal ein flugzeug service der einfach die sachen sogar in notlagen wieder auffüllt da kannst du mal kurz bitte hier immer hier immer da zeigen sie mir gehen wir hier wie alt sind sie zeigen sie ihren ausweis immer genau hier ich brauche so da das solltest märz nehmen ich hab nichts gemacht du machst mehr damit du machst aber zuerst die rüstung kaputt deswegen ist das ist total dumm ich habe nichts gemacht macht sinn die stuhr das konnten wir nicht aufheben oder so ne ja zum verbrennen natürlich was sagst du was dachtest du das gleiche aber ich finde das genauso extrem warum höll nicht die wird schon bis leichtes fleisch war nur das war ohne sie auch auskommen das heißt du willst sie einfach nur verbrennen und erstens den knochen für rüstung sein camp könnte was dann also wieder benzin kanister ist gewandt hier eine leitung proben ja es gibt jetzt von hier aus wahrscheinlich noch mal ein camp und in einem camp gibt es im gang flares da da ist das camp hier gibt es einen gang runter aber wenn ich mich nicht täusche muss man den auch freisprengen denkst du hier sind in den camps überall benzin kanister so richtig praktisch ich habe ich jetzt fünf ich habe noch ein ich habe zu viele die fünf ist der maximum jetzt sind hier wieder weg ach nein geht doch einfach weg alles aufmachen da könnte er hat den tennisball weggeheatet so da könnte irgendwo hier ist oder mega viel soda wie geil okay die alle das sind aber ganz schön viele ich habe jetzt angst dass ich das 18 scheiße ich habe kein sperr mehr merke ich gerade warum habe ich jetzt nicht okay sind weg oder ich habe noch was wo ist mein sperr ich habe kein mehr ich bin in blut ich muss es abwaschen um eine infektion zu vermeiden lieber serpik hier sieht man ihre brüste gerade ähnlich weißt du dunkles hast brüste hast du gerade brüste auf meinem channel erwähnt wir sind ein kürchen tauglicher kanal wo jetzt echt ganz viel soda ganz 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 viel zu durch hier ganz ganz hier fang den ball fang den walt ne auch hier noch mal eine robe ja hier geht es doch wohl irgendwo ist so viel klopft so aber irgendwo ging es hier doch wohl nein hier sind wahrscheinlich wieder mainboards ja die ich nicht mitnehmen kann hier sind noch mehr soda sachen ich habe dynamit sein hier ist mega viel oh mein gott da wo ist ein dynamit im inventar warte warte ja ich habe vier dynamit wo ist ein dynamit links unten und links unten oder nachst richtig versteckt gut ja das heißt wir könnten eigentlich wieder zurück in die alte höhle weiter können wir das ja ich trinke jetzt ich trinke jetzt irgendwie mega viel soda also sollen wir jetzt einfach wieder heim gehen und sollen wir jetzt weil wir jetzt schon beim suchen sind sollen wir jetzt eine neue hülle suchen oder sollen wir jetzt zur alten zurück und die freisprengen ich würde die frei dann bei uns bei uns können wir auch die freisprengen haben wir eine andere hülle bis jetzt gemacht äh dann den eingang ja ach so das meinst du ja das auch aber das ist glaube ich die gleiche hülle ja ich würde sagen wir gehen wie viel haben die zu trinken ist ja unfair weißt du was ich gehe jetzt ich trinke jetzt hier mal was und dann klaue ich mir doch noch mal eine hier kann ich hier einfach leben ja genau das ist so viel zeug aber hier kommen die auch die ganze zeit ja egal haben wir halt knochen und ich glaube das respawnt auch nicht so schnell okay gehen wir einfach nach hause wir treffen uns da wir treffen uns zu hause und ich hänge mega viele leute rum da ist ein licht verdammte kacke nein geht weg nein da sind ja noch mehr stimmt ja das schon das werden die auch pro nacht mehr ich hab das spiel vergessen bei mir sind zwei ah ok oh gott das sind ja richtig viele bei mir greift euch nur gegenseitig an da habe ich kein problem mit ihr seid auch generell nicht schwer zu besiegen ne das kann ich euch nur mal sagen hey wo ist er ne bogen das kann ja wohl nicht sein da ist siegen wo ist der andere wo ist denn der andere wo ist denn der andere das kann ja wohl nicht sein da ist siegen ne I guess. Noch einer tot. Ich seh halt nix. Die verbrennen wir jetzt, oder? Ne. Oder? Doch. Ja, was bringt das? Oh, meine ganze Rüstung ist weg. Ja, weil du dich so einfach treffen lässt. Ja, warum krieg ich jetzt alle Knochen? Ich hab meine ganze Rüstung noch. Oh. Warum machst du so ein großes? Warum nicht? Ja, weil das total Verschwendung ist. Egal, mach rein. Ja, du merkst, du hast jetzt keine Steine mehr. Super. Damit kann man Steine kaufen. Oh Gott. Es wär auch geil, wenn wir irgendwas... Wenn du kurz einen noch... Ne, 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 nicht drauflegen, nicht drauflegen. Warum? Ja, jetzt sag ich, ich schreich mehrmals nicht drauflegen. Und du legst ihn einfach drauf. Das machst du gut so. Ja, warum? Ja, weil ich das Fleisch will. Okay, nee. Doch. Ich schreiche ja 10.000 Mal nicht drauflegen. Discord-Verzögerung. Ja, gar nichts. Discord-Verzögerung. Du müsstest einfach nur... Deinen eigenen Willen durchsetzen. So sieht's aus. So sieht's hier aus im Let's Play. Du möchtest... Du willst hier eine eigenständige Persönlichkeit entwickeln. Nee, nee, Freundchen. So fangst du gar nicht an hier. Ja, wir treffen uns daheim. Tschüss. Ich... Wo ist der Hase? Hier. Ich... Ah, nein, verdammt. Ich ess mal einen Hasen. Ich... Eins und nehm einen mit. So. Ha, tralalala, tralalali. So. Oh, verdammt der Kacke. Das ist nicht dein Ernst. Tja, versagt du Noob. Du Noob, du. Rauf mit dir. Und dein Freund haut einfach ab. Da merkst du mal, du bist ein Alleingänger. Du hast keine Freunde. Deine wahren Freunde lassen dich im Stich, wenn's drauf ankommt. Ich bin halt hier nochmal... Oh, das sind Babys. Oh. Ah, du bist in nem Camp. Und ich kann hier auch nicht durchschießen. Blöd. Ist ja noch ein Baby irgendwo. Ich hör's doch. Ja, ja. Das Problem ist halt, je mehr Tage, umso schwerer wird das Spiel. Ja, das... Das weiß ich sogar. Ja, und jetzt bauen hier auch schon Babys, was halt echt nicht geil ist. Eier, bei mir ist auch... Na, das ist ein Hasen. Das Eier? Du möchtest Eier haben. Eier? Mhm. Ja. Okay. Wie kann's nicht sein, dass wir keine Höhlen finden? Nur diese... Kackdörfer da. Boah, ich lieb den Bogen. Wie viele Pfeile hab ich noch? Ich hab... Boah, ich muss mich jetzt um Pfeile kümmern eigentlich. Und du hast wahrscheinlich eh mega viele Federn. Eins, zwei, drei, vier, 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 vier... Federn. Ja. Ich hab zwei. Sag ich... Ah, hier ist wieder ein Vieh. Der bringt mir Knochen. Dankeschön. Find ich sehr nett. Danke für die Knochen. Hallo. Den kann ich nicht auch... Doch. Komm her, mein Freund. Hier ist doch wohl hundertprozentig auch ein Höhlenlänger. Was macht hier so ein Geräusch? Da ist noch mal ein Baby! Ihr geht... Stirb. Ach, die Babys. Wie viele? Ich hab nur noch zehn. Okay. Okay. Wie kann es eigentlich sein, dass es auf der Insel auch irgendwie so natürliche Wege gibt? Natürliche Wege? Ja, es gibt Wege. Natürliche Wege. Ja. Ja. Wo sind Wege? Natürlich. Ja. Nirgends. Nürgends und nochmal nürgends. Ist der Baum grad gesch... Ist der grad geflogen? Oh! Oh, ne Uhr! Ha! Ah, ne Uhr. Explosive. Ja, okay, jetzt haben wir eh mega viel Dynamit. Und hier ist ne Höhle. Kommt zu mir. Oh, da fliegen Fledermausen raus. Die haben mich grad wirklich erschrocken. Äh... Die markiere ich jetzt auch mal. Stickmarker, genau. Mach mal kurz was. Ja. Die ist einfach orange. Also... So, dass hier ne Höhle ist. Ich würde jetzt noch, wenn ich... Könnte... Ich mach mal hier nochmal so ein Shelter hin. Oh Gott. Da ist grad ein Lizard einfach voller Kanne auf mich zugekommen. Und der ist ins Lagerfeuer gelaufen und brennt einfach und läuft da. Das war ein schöner Moment. Das, meine lieben Freunde, ist Sir Peake. Er ist ein Tierquäler. Ja, und? Finden Sie den Fehler in diesem Satz? Okay, ich hab hier mal gespeichert. Kommst du? Ja. Hey, ich hab ne Uhr. Mach ne Uhr. So, jetzt hab ich zweimal Explosive. Oh, hey. Ich hab ne Uhr. Mach, mach ne. Ja. Warte. Ich sollte, glaub ich, auch kommen, weil... Ist ja alles doppelt hier, oder nicht? Stimmt. Ja, dann warte mal da, wo du bist. Nee. So, jetzt hab ich dreimal Explosive. Hey, ne Uhr. Nee, Spaß. Nee, Spaß. Ah, ich seh dich. Wo sind die Uhren? Verdammt, mir fehlen Fehler. Gib mir mal ein paar Federn, wenn du so viele hast, bitte. Äh, ich hab keine... Oh, verdammt, dreh dich mal um. Ah, wuhu. Stirb. Keiner mag dich. Deine Eltern haben sich verstoßen. Ja. Hat der gerade drei Headshots ausgehalten? So. Nimm mit. Zack. Hast du keine einzige Feder, nicht eine? Nee. Du wirst mal eine Feder haben, du lügst. Ja, hier, die, die Leute haben übrigens die. Guck mal. Hier, der hat ne Uhr. Ja, ich komm. Der hat ne Uhr. Ja. Und die zwei haben ne Uhr. Oh. Ist das ein Fett hier? Ja, wir gehen rein. Äh, ich wollte dir gerade Federn geben. Wie kann ich die dir geben? Ach so, ja, du nimmst dieses Tablett, welches... Ah, ja, ich check schon, okay. Und dann einfach drauflegen wahrscheinlich. Combine. Hier, nimm. Danke. Zack, so. Oh, eins, zwei, drei, vier, fünf. Zack. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zack. So, jetzt hab ich wieder ein paar Pfeile. Gut, dann speichere ich immer. Hast du gespeichert? Ich speichere nochmal. Nee. Ich komm gleich wieder raus. So. Hallo. Und ich geh wieder rein. Also, was heißt wieder? Ich geh jetzt rein. Ah, cover den Blatt. Stimmt ja. Warum kann ich... Warum kann ich schlafen gehen? Ah, ja, wir sollten, glaube ich... Schlafen gehen in der Höhle. Das bringt uns gar nichts. Nee. Ins Wasser gehen. Ach so, ja, ja. Da wird's schon Wasser geben. Das schätze ich jetzt mal. Okay. Ähm... Warum kann ich schlafen gehen, wenn's Tag ist? Hier ist wieder ein Bild von nichts. Weil man's nicht sieht, weil dann... Ja, super. Das kann ich mir jetzt nicht mehr nachträglich angucken, oder? Oh. Gut. Damit hab ich jetzt auch die Toten aufgeweckt. Die Toten. Die Toten. Die Toten. Nicht die Tode. Was ist das? Warte mal. Das ist auch falsch. Ist weg. Oh, ist so da. Damit sind jetzt auch die... Ah, noch mehr so da. Hä? Ich weiß grad echt nicht, was richtig ist. Was? Damit hab ich jetzt die... Toten. Doch, war ja richtig. Damit hab ich jetzt die Toten aufgeweckt. Stimmt doch. Ist ja richtig. Es hat sich jetzt auch irgendwie so falsch angehört, aber es ist richtig. Warum solltest du Tote aufwecken? Nee, ich habe... Damit hab ich die Toten aufgeweckt, hab ich gesagt. Weil das hat mich selbst so verwirrt zuerst, weil ich zuerst auch dachte, das hört sich so total falsch aus irgendeinem Grund gerade an. Das ist halt richtig. Nee, warum weckst du Tote auf? Wir sind tot. Gut. Ja, ja. Du machst dich halt über den Satz lustig. Aber ich mein, die Satzstellung ist... Ist richtig. Die Stellung. Ich dachte jetzt quasi... Weil ich hab gesagt, mit dem Knall hab ich wahrscheinlich die Toten aufgeweckt. Ich dachte da... Toten wäre falsch. Okay, hier geht's weiter und... Hier geht's weiter. Hier muss man eine Wand aufschlagen. Übrigens, na, ich wollte die schon mal vorwarnen. Es gibt auch Jumpscares. Es kann auch sein, dass hinter so einer Wand plötzlich mal... Dieses ekelige Ding. Jetzt würde ich doch nochmal die eine Seite gucken. Weil hier sieht's halt so nach Weitergehen aus. Iiiiih. Ich hör was. Es sieht beides nach Weitergehen aus. Ah, und alleine mag ich hier nicht gehen. Iiiiih. Gehen wir mal zuerst hier. Wo ich bin. Nee, ich töte das Vieh. Welches? Das Tentakelmonster. Das Standard- oder neues Tentakelmonster? Ich weiß es nicht. Ja. Das, was wir da vorgesehen haben? Oder das was weißt du nicht? Wieso weißt du es nicht? Ah! Ja, nicht das. Das ist, glaube ich, noch schwerer. Ja, töten. Ja, leichter gesagt als getan. Und warum? Töte das. Ich nehm alle Pfeile kurz. Weil ich halt auch nicht will, dass... Ah, hier ist noch ein Vieh. ...die komplette Rüstung wegspallert. Schön. Jetzt brennen beide. Oder? Ah, ist es tot. Ja, das war ja Ultra-Embiligant. Ja, komm her. Und da hinten kommt auch schon wieder einer, ne? Aber der ist, glaube ich, festgepackt. Der kommt nicht rüber. Der ist dauernd in einer... ...in einer Laufanimation. Hast du den jetzt schon gehäutert? Ja. Mir ging's nicht. Ah doch, ging. Ging doch. Jetzt würde ich halt doch gerne in den anderen Abteil zuerst gucken. Und den da oben würde ich gerne weghaben, weil der mich echt stört. Ach, wenn ich in die Nähe komme, kannst du plötzlich rüber. Warum seid ihr eigentlich so schlecht, euch zu wehren? Okay. Also, was ist denn hier überhaupt? Jetzt gehen wir doch hier lang. Na, verdammt. Egal. Du bleibst da hinten? Okay. Ja, ich verbrenne die gerade. Ich muss sie natürlich auch bestatten. Ah! Dein Freund ist tot. Wie findest du das? Bei Talia natürlich. Boah, wie viele Pfeile. Auch immer nerviger. Ich... 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 Ich sag's euch. Ich sag's euch, wie es ist, Freunde. Ihr geht mir langsam echt auf den Sack. Ach, und jetzt kommt er, ne? Hauptsache, wenn ich da schön beim... beim Verbrennen bin, dann kommt er. Hier geht's nach oben. Hier ist ein Zeltlager. Das heißt, da könnte vielleicht die Axt oder so sein. Wenn wir jetzt die Axt finden, dann haben wir das Spiel durch. Wir nehmen's jetzt nicht ernst auf meine Knochen. Ich hab jetzt... Keine Knochen. Null. Dankeschön. Ich hab jetzt meine Knochen. Ach so, du hast keine Rüstung. Ja, gut, dann. Naja, mach. Mach mal mal. Wenn du keine Rüstung hast, dann... Mach. Weil bei mir geht eigentlich noch ganz gut. Und ich kann den Dingern auch ausweichen. Ne, ne. Ne, ne, du hast keine Rüstung. Ich bin fast voll. Doch, hab ich. Ich hab's noch nicht equipped. Ne. Ach so. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3. Es fehlt mir trotzdem einer. Egal. Wie viele habe ich dir gerade gegeben? Äh, ein. Okay. Bart hat noch ein. Irgendwie packt der raus. Der wollte nicht. So, ich sag. Jetzt kann ich nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ich glaub, meine Rüstung war voll, wenn ich sie anziehe. Jetzt hab ich ne volle Rüstung. Neue Bone Armor und ne Kräuterarmor. Ich hab zwei Lizards... Ich habe zweimal Lizard. Wieso kann ich das jetzt nicht aufheben? Wieso kann ich das nicht aufheben? Ich ziehe die mal jetzt nicht an. Hä? Ich kann das Foto nicht aufheben. Oh, ein Foto. Ich kann es nicht aufheben. Ich kann es auch nicht aufheben. Gut, dann bleibt es halt da. Obwohl, das Foto zeigt uns glaube ich an, wo auf der Insel vielleicht das Ende ist oder so. Ja, blöd. Ja, dann. Ja, egal. Da ist eine Bibel. Das hat denen viel gebracht. Hörst du das? Hörst du die Babys? Jetzt, ja. Oder? Hier ist Geld, hier ist ein Lava. Wollte ich jetzt eigentlich nicht anzünden, aber von mir aus. Hier ist aber nichts zum Sprengen, oder? Wie viele Seile? Es sieht eigentlich mega danach aus, dass es hier krank werden muss. Aber es wird nicht angezeigt, also lassen. Wie es. Ne. Okay, ja, dann müssen wir den anderen Weg weiter. Aber dahinter sind Leute. Das höre ich ganz genau. Und das hier auch nichts ist. Geld ist hier. Ja, das Foto ist halt hier. Das ist so der einzige Grund, warum man herkommt. Man kann es halt nicht aufheben. Gut. Das war ja mal für gar nichts. Außer für Geld. Ja, hier kommt man hoch. Wahrscheinlich kommt man dann im See oder so raus. Ja, dann gehen wir hinten weiter, würde ich sagen. Boah, ich liebe Davor. Hier geht es weiter runter. Ich liebe Davor ist eigentlich echt, ne? Was? Ja, stimmt. Aber wo war denn der normale Weg? Ich weiß nicht. Dann würde ich aber zuerst den anderen gehen, nicht hier. Ja, okay. Ja, dann vergessen wir das eh. Hier geht es weiter. Hier geht es? Ne, doch. Ist es raus? Ne, ne, es geht weiter. Ne, weiter. Okay. Ich dachte auch gerade, es geht raus. Weiter hinein in die Höhle. Obwohl, vielleicht war das so ein Höhlenverbindungslade-Ding. Oh Gott. Hat er nicht versteckt. Du Arsch. Ich kann dir halt nicht helfen, weil du halt wirklich... Ah, geh weg. Da, einer ist tot. Den anderen sehe ich nicht. Weil mit Bogen kann ich kein Licht haben. Oh. Ich finde es cool, dass man die Pfeile auch rausziehen kann. Ja. Während die einen attacken. Oh, verdammt. Das ist wieder so ein großer Raum. Was heißt das? Ich weiß, was das heißt. Nichts, was mir gefällt. Oh, er macht eine Rolle zur Seite. Oh. Ja, richtig hardcore. Oh, du bist ja ein richtiger geiler Hund. Oh, hier sind Babys. Ganz viele. Vergiss nicht. Babys können one-hitten. Okay, ich glaube, die Babys sind tot. Gut. Gut. Vielen Dank.